Wir investieren, wir entlasten die Bürger und dies alles ohne Schulden. Es geht nicht nur dem Bund gut, sondern es geht auch den Ländern und Kommunen gut. Die schwarze Null ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Es geht nicht an, dass wir die zukünftigen Generationen, die in 20 oder 30 Jahren auch ganz andere Aufgaben zu bewältigen haben, heute mit unseren Schulden belasten. Die schwarze Null ist aber auch eine Frage der finanziellen Solidität. Und wir sind ein Stabilitätsanker in Europa und das hat viel mit unserer guten Haushaltspolitik zu tun. Die Kunst des guten Haushalts ist es, eine Balance zu schaffen zwischen Investitionen auf der einen Seite, Sozialaufgaben auf der anderen Seite. Es geht auch um sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Es nützt niemandem was, wenn wir gute Straßen, gute digitale Infrastruktur haben, aber die Gesellschaft auseinander bricht. Und natürlich ist es auch so, dass wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten wollen. Und das alles zusammenzubringen, das ist die Aufgabe, die wir in den nächsten Wochen mit den Haushaltsberatungen haben. Wir haben uns im Koalitionsvertrag viel vorgenommen mit Investitionen nicht nur im Bereich Infrastruktur, sondern auch im digitalen Bereich, im Bildungsbereich hinein. Wo wir aber darauf achten müssen, ist, dass bei all unseren Vorhaben die Bundeswehr auch nicht zu kurz kommt. Das heißt, wir haben zusätzliche Herausforderungen im Bereich äußere Sicherheit. Das kostet Geld und dafür müssen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten die Mittel erarbeiten.